Kaufe da mein Gras, Bier ist gesund, es hat viel Hefe, trinke 8 Liter am Bahnhof Klefe, ein wunderschönes Städtchen mit noch wundervolleren Menschen, viele schöne Frauen in schöner Kleidung und auch wenn ich verheiratet bin, gucken ist erlaubt ihr süßen Mäuse. Gefühlt jede 30 Minuten Polizei, man kann nicht in Ruhe was rauchen, aber die Junkies sind sympathisch und ist Klosupi, ich glaube die Frau hasst mich aber egal, wenig los hier, nur Gänse gesichtet, meine Stadt my place.